We've got the power, in Folge 15 von Let's Play Castlevania Lords of Shadow 2. Ja, ich missbrauche jetzt mal den Hebel. Ladies and gentlemen, boys and girls, if the dream of reason produces monsters, the theater dispels them with its magic. Now be afraid before the conjurer, who conquered the creatures of the night. With his genius, and his heart, give a big round of applause for the mighty toy maker. Das ist einer der schönsten Szenen im ganzen Spiel. Ich finde das echt eine richtig schöne Idee hier, mit dem Theater. Ich habe mich gefunden, weil wir schon mit derreuung nicht Looking kommen, die die sie vom Himmel ausajusten Mitten machen können. Der engl hazır und liebten Unterbro justoas Spiel ist wichtig. Wir werden uns gestern über sie marquee, weil wir Herrn, zugel von seinem Gew非常的Michnellemengen, Okay, man muss jetzt... Ah, genau, das wird hier eh erklärt. Hör die Geschichte an und platziere die Figuren sowie die passende Dekoration im richtigen Moment auf der Bühne, damit die Vorstellung beendet werden kann. Also wir haben den Toymaker. Und wir haben seine Werkstatt. Theater, Burg, wir brauchen die Werkstatt. Vorstellung fortsetzen. Ja. Ja. Okay, jetzt kommt der alte Walter Bernhard. Das ist der Typ hier, der ein bisschen Ähnlichkeit hat mit einem Simon aus Mirror of Fate. Dürfte passen. A curse on you, Walter Bernhard, for deceiving such a good soul. May you be damned to spend all eternity in hell's darkest hole. Oh. 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 Ah, der Laberknopf. Ja, ich habe jetzt die Burg gewählt, weil er ja jetzt dorthin mitgenommen wurde. Und ich glaube, der Walter Bernhardt, der kommt da zu ihm, weil er ihnen einen Auftrag gibt. Aber ich weiß das jetzt auch nicht mehr. Das Kind wurde bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Das Kind, ein Dämon auch nicht und das Theater auch nicht. Das wäre jetzt für mich die sinnvollste Variante. Versuchen wir es mal. Das Kind, ein Dämon, ein Dämon, ein Dämon. Eine scheußliche Kreatur der Unterwelt, das kann nur das Kind sein. Ein Dämon, der ist doch ganz flauschig und süß. Ne, es ist der Dämon. Und zwar, wer alle Folgen bis jetzt gesehen hat von meiner Castlevania Trilogie, der Vergessene. The Forgotten One. So, dürfte passen. Oh, nein. Oh, nein. Der Mann ist ein Charme! Geh jetzt, wenn du leicht bist. Oh nein! Der Toimaker-Talent jetzt kommt zu seinen Pfarrer-Benefaktor. Nach ihm jetzt sind die Toys und die Theater, die er gemacht hat. Oh! Wenn nur dieses schlose Schleppel zu entfernen, gäbe es eine Chance. Und so eröffnete den guten Toimaker aus der Schleppel seiner schlose Schleppel. Ich glaube, jetzt kam das Kind, wenn ich mich recht erinnere. Nee, es ist immer noch das Schloss, glaube ich. Ach, kam da doch schon das Theater vor. Sorry! Oh! Phenomenal! Sein Geist ist in der Schleppel, aber der Toimaker-Talent ist ein guter Schleppel. Und so kann man sagen. Und ein kleines Liebe ist alles, was es braucht, um den Schleppel zu entfernen. Aber jetzt muss man schnell denken, Toimaker. Die Situation ist schwer. Walter Bernhard ist zurück. Ich weiß nicht, wie Sie können Sie von diesem Schleppel zu entfernen. Oh! Was ist eine schreckliche und schreckliche Idee, Schleppel-Talent. Komm schon, kleiner Schleppel. Hold auf zu diesem Schleppel so pure und wahr. In einem distanten und hoffentlichen Zukunft kannst du es zurückkriegst an demjenigen, die es dir gab. Meine Damen und Herren, das ist der Schleppel eines Mannes, der Schleppel ist tief. Schleppel-Talent. Schleppel-Talent. Und entscheide, ob du wachst, von so lang als du. Ein schönes Theater. Aber nicht wieder zerdrücken. Bisher hat Dracula jedes Herz, was ihnen in die Hände gekommen ist, zerdrückt. часner Schleppel-Talent. Oh, hello there. Thank you for returning my heart, good sir. How long has it been? Never mind, it doesn't matter now. Your face seems oddly familiar, hmm? Oh, you must forgive me. I'm just a little confused, you see. I suppose my memory will return in time. Your memories are of no interest to me, Toymaker. I'm looking for the Mirror of Fate. The Mirror of Fate. Hmm. If I'm not mistaken, the mirror was broken many years ago. Yes, now I remember. It was when the Lord of Darkness was defeated by his own son. The castle came down, and the mirror broke. I vaguely recollect, seeing it amongst the ruins. Ha! Wait! I found a fragment, and I kept it! Now I remember! What's happening? Oh! Tana! Time to play! Watch me! Was haben wir heute hier? Ein Warkon-Aktor? Oh, Drehangreife! Die Attacke ist einfach super! Guillotine! Ich habe mir über so viele Serienteile schon den Arsch gerettet. Naja, nicht gerettet aber... Ach komm! Zu geringe Reichweite hat die Attacke. Ah, das war die Rundum-Attacke. Das war nur meins! Das war die eine Attacke, die... Also die mit dem Schwert, die mir in meinen Arsch gerettet. Ach, das kann nicht blocken. Sehr schön. Bauer! 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 A verdadeirer We higher,'s! damit abgetreten ich habe eine Lösung für dieses dort zweimal zu da kommt nicht aus ich habe eigentlich geblockt aber in der Luft geht es schlecht ich will nicht ich will nicht nein vor Ort Nein Vorsicht mit Freudenheit dran Hupen Hupen Ich glaube, ich erinnere mich. Na, schmeckt dir das? Schön, oder? Ja. Ein paar Feuerfäuste ins Gesicht. Aber mal ehrlich, das Charakterdesign ist doch schon mega genial. Ja, ja, ja. Tak, tak. Oh, bam. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh. Oh, mein Gott. Was ist passiert? Was habe ich gesagt? Du warst mir ein Fragment des Mirror of Fate. Oh, ja. Hier ist es. Oh, ja, gut, gut. Aber, du wißt du, es ist mir alles wieder zurück. Ich weiß, wer du bist, mein Mann. Ich bin... Tschüss, mein Mann. Schau dir dein Herz gut. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Nein, ich soll es echt mal leer. Ich hab den Knopf wieder vergessen, abzuschauen. Ähm. Ja, der arme Tollmaker. Tut mir irgendwie leid. Seine Herzensgute Seele und wird immer von irgendeinem dunklen Lord gefangen gehalten. Und für die bösen Machenschaften missbraucht. Wohl missbraucht er sich ein bisschen fight schon. Guten Tag. Oh, Mensch. Oh, wo kommt die hier leer? Die, devil. Insignia's Marmur. Die, devil. Oho. Marko, man. Zu spät Magier Ach, das sind zwei Ach, zu früh Zuerst mal verzehr ich deinen Kumpel und dann bist du dran Zuerst kommen auch diese Kunden noch mehr dran Komm her, Priester Blatsch Das ging ihm durch und durch Oh, das ist ein Oh, das ist toll So, Leute Hier beende ich die Folge Hier habe ich ein geiles Panorama Was haltet ihr davon? Ah, ich höre, euch gefällt das Finde ich gut Dann Vielen Dank fürs Zusehen Bis zur nächsten Folge Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal